Was? 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 Das Teuge geht vor, was soll das? Du hast uns warten lassen. Setz dich. Ich mag das Essen! Zurück! Zurück. Du hast zehn Sekunden zu warten. Nein, nein, du hast mich nicht verstanden. Du tust, was ich sage. Ich gebe die Befehle. Verschwinde mal, du kommst, du blöde Kuh. Oh, du bist widerspätig. Du musst gehorchen lernen. Aber gehorchen lernt man nur durch Furcht. Verwirrst du mich jetzt? Ja? Das ist gut. Verwirrst du dich. Furcht ist geschlossen. Sie macht demütig. Und furcht Respekt ein. Man liebt aus Furcht. Hast du das Lust? Was machst du hier, hä? Setz dich. Hör auf! Bin ich. Ich tue alles, was du sagst. Na, jetzt machen wir schon Fortschritte. Du bist kein zufährlicher Mann, Frank. Um dein Gehorsam zu überweisen, gehst du jetzt runter auf die Knie. Und zwar sofort. Okay, okay. Du hast gewonnen. Ich tue alles, was du sagst. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Was wirst du noch bereuen? Das ist Verbrechen hier. Lass mich los. Lass mich los, du Mist. Ja, wie kommst du nicht durch, Frank? Du scheulest mir Geld. Mach auf! Lass mich nicht! Ist ja gut. Es ist alles...